Musik Die Rahmenbedingungen am heimischen Immobilienmarkt sind weiterhin sehr gut. Ein historisch niedriges Zinsniveau, ein gutes, wenn auch leicht rückläufiges Immobilienangebot und weiterhin eine sehr gute Nachfrage nach Immobilien prägt in das Jahr 2019. Daran wird sich im Jahr 2020 auch nichts Wesentliches ändern. Es ist sowohl bei Baugrundstücken, Eigentumswohnungen als auch bei Einfamilienhäusern mit moderaten Preissteigerungen zu rechnen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017